Ich muss noch einmal sagen, als an den Veranstaltungsdienst der Gruppe ABBA, der vierte Weltschlager dieser Gruppe, Deutsche Fassung, Rainer, wir können abfahren. Die Deutsche Fassung stammt von Lena Andersson und das ist sie, die Startnummer 7. Es war uns renagt, Fernando Paul, als die Stadt sich kostümierte wie zum letzten großen Verst. Es war unsere Nacht, Fernando, als die Lieder ihre Sprache wiederfanden wie zuvor, als sie plötzlich in den Straßen auferstanden wie ein totgesagter Chor. Sie war ja die Nacht, Fernando, denn sie hatte viel zu sagen in dem Schutz der Dunkelheit. Eine bange Nacht, Fernando, denn sie hatte was zu wagen und nur bis zu Morgenzeit, denn sie ließ die Wellen schlagen an die Ufer der Interessenlosigkeit. Und der Himmel war zum Treifen nah, als das geschah, Fernando. Er hielt eine Regenbogenzeit für uns bereit, Fernando. Er hielt eine Regenbogenzeit für uns bereit, denn er war in dieser einen Nacht für uns und bleib im Land. Er hielt eine Regenbogenzeit für uns. Er hielt eine Regenbogenzeit für uns. Es war etwas mehr, Fernando, als nur ein Versuch zu zeigen, wohin alles schweigend reiht. Es war ein getarnte Eigen, der mit diesem Lied den Fürstenkreis beschreibt. Und der Himmel war zum Greifen nah, als das geschah, Fernando. Er hielt eine Regenbogenzeit.